Meine sehr verehrten Damen und Herren, als Beauftragte der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten ist es mir eine große Freude, die diesjährige Verleihung des Lofart-Preises mit einem Grußwort eröffnen zu können. Der Preis wird von der Christoph-Lofart-Stiftung mit dem Ziel ausgeschrieben, innovative Projekte zur Verbesserung der Patientensicherheit und Orientierung zu fördern. Ein Anliegen, das ich absolut unterstütze. Ich sehe es als wesentlichen Teil meiner Aufgabe an, mich mit Nachdruck für die Verbesserung der Patientensicherheit und der Patientenorientierung einzusetzen und immer wieder daran zu erinnern, dass unser Gesundheitswesen kein Selbstzweck ist. Zentrales Ziel ist die Förderung und die Erhaltung der Gesundheit der Patientinnen und Patienten. Es geht um eine sichere Gesundheitsversorgung in bestmöglicher Qualität unter Wahrung der menschlichen Würde und individuellen Entscheidungsfreiheit mündiger Bürgerinnen und Bürger. Ich bin der festen Überzeugung, dass Patientenorientierung das Schlüsselwort für eine gute Versorgung ist und zu Recht von den Patientinnen und Patienten mittlerweile aktiv eingefordert wird. Denn unter anderem dank der zunehmenden Eigenverantwortlichkeit und der Digitalisierung setzen sich Patienten vermehrt mit medizinischen Informationen, Krankheitsbildern und Therapieoptionen auseinander. Sie nehmen heute damit eine selbstbestimmte Rolle ein. Alle Beteiligten müssen akzeptieren, dass Patientinnen und Patienten heute zunehmend erwarten, an den Entscheidungen über die eigene Gesundheit und Therapie beteiligt zu werden. Mit den Ausschreibungen des Lofat-Preises legt die Christoph-Lofat-Stiftung nicht nur immer wieder den sprichwörtlichen Finger in diese Wunde, sondern unterstützt aktiv die Suche nach neuen Lösungsideen und zeichnet praxiserprobte Konzepte aus, die die Versorgung im Sinne der Patientinnen und Patienten verbessern. Das in diesem Jahr prämierte Projekt, das sogenannte Hamburger Modell des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf, ein sektorenübergreifend koordiniertes und integriertes Versorgungsmodell zur Behandlung von Menschen mit psychotischen Erkrankungen, ist ein gelungenes Beispiel für eine patientenorientierte Versorgung und den Erfolg des Lofat-Preises. Ich gratuliere den Preisträgern und allen am Projekt Beteiligten sehr herzlich zu dieser Auszeichnung und danke ihnen für ihr unermüdliches Engagement, die Gesundheitsversorgung für die Patientinnen und Patienten besser und sicherer zu gestalten. Sie können mit Recht stolz sein auf das Erreichte und ich hoffe, dass der Lofat-Preis sie mit Zuversicht und Tatkraft in die Zukunft blicken lässt. Bleiben Sie gesund und vor allem bleiben Sie negativ.